Ich bin Pirat, weil Europa eine Stimme der Privatsphäre und des freien Internets braucht. Die etablierten Parteien machen systematisch das Internet kaputt. Dagegen wehren wir uns. Wir haben in Europa gerade eine wunderschöne Gelegenheit verspielt, das Urheberrecht ins 21. Jahrhundert zu holen. Wir sollten bei nächster Gelegenheit schauen, dass wir eine Version davon schaffen, bei der tatsächlich die Urheber profitieren und nicht nur die Rechte verwerten. Gute Netzpolitik ist die Verteidigung demokratischer Grundwerte. Ich bin Pirat. Ich bin Pirat. Ich bin Pirat. Am 26. Mai Piratenpartei wählen. Ohne 5% Hürde jede Stimme zählt. Für Freiheit, Würde und Teilhabe.